Liebe Studierende, willkommen zur zweiten Videoübung des Semesters mit dem Thema Schaltung mit Widerständen und Kondensatoren. Wir haben hier die Möglichkeit, uns mit einem Schallkreis auseinanderzusetzen, wobei neben Widerständen auch Kondensatoren vorhanden sind. Und mit dieser Übung können wir von einem allgemeinen Standpunkt aus die Kirchhoffsche Regel anwenden, die wir eigentlich schon bei der ersten Übung eingeführt hatten, aber auch können wir mit dem Ohmsche Gesetz und besonders mit der Kapazität, das heißt mit der physikalischen Größe, die die Kondensatoren charakterisiert arbeiten. Die allererste Frage ist, wie groß ist der Strom I, der eben in diese Masche fließt, im sogenannten stationären Zustand. Was das bedeutet? Man hat mit einem stationären Fall oder Zustand zu tun, wenn man lange Zeit wartet, nachdem die Batterie mit der Spannung U0 bei dieser Masche angeschlossen wurde. Dies physikalisch bedeutet, dass wenn wir lange Zeit warten, hat man den Ladevorgang von beiden Kondensatoren C1 und C2 vollständig durchgeführt. Um dies eventuell zu rekapitulieren, möchte ich die Situation der Vorlesung nochmals erwähnen. Das heißt, wir haben in der Vorlesung den Ladevorgang des Kondensators behandelt, aus einer Situation, wo wir eine Serieschaltung zwischen Widerstand R und Kondensator mit Kapazität C betrachtet wurden. Und diese Serieschaltung vom Widerstand und Kondensator war dann mit einer Batteriespannung U0 gekoppelt. Und da haben wir uns gefragt, wie entwickelt sich als Funktion der Zeit der Strom in dieser Masche nach dem Schließen des Schalters hier. Das heißt, bei der Zeit T0 schließen wir das Schalter hier. Das heißt, die Batteriespannung U0 ist wirksam, um Strom beginnt eigentlich in diese Masche zu fließen. Und wir können jetzt skizzieren, mindestens wie die Zeitabhängigkeit des Stroms aussieht, als Funktion der Zeit. Und bei der Zeit T0, das heißt beim Schließen des Schließen des Schalters, wenn die Batterie tatsächlich gekoppelt wird, wird der Strom maximal sein. Das heißt, erwarten wir einen Wert I0 nach dem Ohmschill Gesetze. Das ist dann tatsächlich gleich U0 geteilt durch R. Das heißt, Batteriespannung geteilt durch Widerstand. Aber als Funktion der Zeit, das heißt mit der Entwicklung des Ladevorgangs des Kondensators, wird der Strom exponentiell als Funktion der Zeit abnehmen. Das heißt, nach einer langen Zeit wird der Strom in dieser Masche Null sein, weil eben der Ladevorgang des Kondensators ist vollständig, sozusagen. Das heißt, in meinem Kondensator haben sich die Ladungen gespeichert. Das heißt, die maximale Menge von Ladungen, die eben so ein Kondensator mit einem Kapazität C empfangen kann, konnten eben dort gespeichert werden. Gleichzeitig können wir auch die Zeitabhängigkeit der Spannung bei dem Kondensator schreiben, nennen wir dies UC. Und eben mit der Zeit die Spannung beim Kondensator wächst und strebt asymptotisch zur Spannung U0 der Batterie. Das ist die Situation für den Ladevorgang des Kondensators, wie wir in der Vorlesung behandelt haben. Aber etwas ähnliches können wir auch jetzt in unserem Problem berücksichtigen. Tatsächlich, wenn wir lange Zeit warten, nachdem die Batterie angeschlossen wurde, zum Beispiel wenn wir bei diesen Zeiten die Situation hier anschauen, kann man dann sagen, dass in diese Masche der Strom I fließt nur durch den Widerständen, durch die Widerstände hier, diese Masche, die tatsächlich seriegeschaltet sind. Das heißt, im stationären Zustand, wenn der Ladevorgang bei beiden Kondensatoren vollständig durchgeführt wurde und die Kondensatoren sind mit einer bestimmten Ladungsmenge Q geladen, es gibt keine, kann man keine Ladung mehr mit der Batterie in den Kondensatoren pumpen. Das heißt, der Strom I erzeugt bei meiner Batterie wird nur in diesem Teil des Schallkreises erfließen. Und als Folge der Knotenregel muss der Strom I gleich groß sein bei R, R1 und R2. Wenn nicht so wäre, würde dies bedeuten, dass wir haben mit einer Verletzung der Knotenregel zu tun. Zum Beispiel bei diesem Punkt hier hätte man mit einer Äufung von Ladungen zu tun, was nicht möglich ist, weil wir wissen, bei jedem Knotenpunkt in der Masche, was reinfließt, muss auch rauskommen. So, wir können tatsächlich sagen, dass der Strom I ist gleich groß bei R, R1 und R2 und können wir jetzt den Strom I berechnen. I ist nach dem Ohmsche Gesetz gleich U0, das wäre die Batteriespannung, geteilt durch den totalen Widerstand, in unserem Fall ist jetzt wegen der Serieschaltung, ist R plus R1 plus R2. Gleichzeitig können wir jetzt berechnen, die Spannung zwischen beiden Punkten hier nach der Fragestellung, diese Spannung ist als UK bezeichnet. Das bedeutet, UK ist die Potentialdifferenz zwischen beiden Punkten hier. Und eben im stationären Zustand, wenn wir implizit die Maschenregel anwenden, können wir sagen, dass Spannungsabfall zwischen beiden Punkten hier, das heißt die Potentialdifferenz zwischen beiden Punkten hier, muss gleich sein, U0 als Batteriespannung minus Spannungsabfall bei dem Widerstand, klein r nämlich bei dem inneren Widerstand der Batterie selber. Und das ist gleich I nach dem Ohmsche Gesetz mal klein r. Damit haben wir die Frage A direkt beantwortet. Und jetzt können wir uns mit der Frage B beschäftigen. Das ist eigentlich die interessanteste Frage der Übung. Gefragt ist, wie groß ist die Potentialdifferenz, nennen wir das Delta U, zwischen diesen beiden Punkten hier in dieser Masche, vorausgesetzt, dass wir uns im sogenannten stationären Zustand befinden. Und wir können jetzt hier mit der Maschenregel eigentlich arbeiten, weil wir können sagen, dass diese gesuchte Spannung UK als Potentialdifferenz zwischen beiden Punkten hier, muss nach der Maschenregel gleich der Summe der Spannungsabfälle entweder bei beiden Widerstände R1 und R2 oder bei beiden Kondensatoren C1 und C2. So, wir können sicher schreiben als Folge der Maschenregel, dass UK ist gleich der Summe von UR1 plus UR2, wobei mit R1 und R2 möchte ich die Spannungsabfälle respektive bei dem Widerstand R1 und R2 definieren. Aber wir können alternativ auch schreiben, dass UK ist gleich der Summe der Spannungsabfälle bei Kondensatoren C1 und Kondensatoren C2. Wir können jetzt eigentlich aus dieser äquivalente Darstellung von UK folgendes schreiben, dass UR1 plus UR2 ist gleich UC1 plus UC2. Und wir können weiter diese Gleichung jetzt umformen und können wir schreiben, dass UR1 minus UC1, nochmals, Spannungsabfall beim Widerstand R1 minus Spannungsabfall beim Kondensator C1, muss gleich groß sein wie Spannungsabfall bei Kondensator C2 minus Spannungsabfall beim Widerstand R2. Aber was wir jetzt hier berechnet haben, ist nicht anders als zwei äquivalente Definitionen für die gesuchte Größe Delta U. Tatsächlich, wenn wir zum Beispiel von diesem Punkt starten, für C1 und R1, sagen wir so, bei diesem Punkt haben wir mit dem gleichen Potenzial zu tun. So die Potenzialdifferenz, nämlich Delta U zwischen diesen beiden Punkten, ist sicher gegeben durch die Differenz der Spannungsabfälle bei Widerstand R1 und beim Kondensator C1. Und das Gleiche können wir auch auf dieser Seite der Schaltung machen, da bei diesem Punkt beide Elemente C2 und R2 am gleichen Potenzial sind. Die Spannungsdifferenz Delta U zwischen beiden Punkten hier ist sicher gleich der Differenz zwischen Spannungsabfälle bei R2 und C2. Es bleibt jetzt nur noch übrig für die explizite Berechnung von Delta U, jetzt die Berechnung von solchen Spannungsabfällen bei den jeweiligen Widerständen oder Kondensator. Das werden wir nach einer kurzen Pause durchführen.